So Leute, in diesem Moment werden mehr neue Krypto-Projekte gestartet als je zuvor und einige der größten Gewinne von Investitionen in Kryptowährungen ergeben sich vor allem aus Investitionen in vielversprechende Projekte, sobald sie gestartet werden. Genau diese Sache konnte man jetzt letztes Jahr ziemlich gut beobachten und dieser Trend hat jetzt auch dazu geführt, dass viele verschiedene Launchpads geschaffen wurden, um vor allem Kleinanleger den Zugang zu dieser Art von Frühphase-Investitionen zu ermöglichen. Das Ding an der ganzen Sache ist, genauso wie es jetzt richtig viele Krypto-Projekte gibt, die mit geringem Aufwand und geringer Qualität erstellt wurden, so gibt es auch eine ganze Menge Launchpads, die halt nur darauf aus sind, naja, so viel Geld wie möglich zu verdienen, indem sie so viele Projekte wie möglich und so viele IDOs und Vollverkäufe auf den Plattformen machen. Genau das hat jetzt dazu geführt, dass viele dieser Launchpad-IDOs für Superstelle, Fork, Pump-and-Dumps oder sogar in einigen extremeren Fällen für Scams und Drug-Pulls gemacht haben. Aus diesem Grund hat sich jetzt das Team hinter dem Lightning-Protokoll beschlossen, ein Launchpad, ein Inkubator und eine DeFi-Plattform zu schaffen, die ihre Nutzer an die erste Stelle stellt und vor allem nur die hochwertigsten Projekte, die Nutzung ihrer Plattformen für IDOs erlauben. Einige von euch erinnern sich vielleicht daran, dass ich vor einigen Monaten über dieses Projekt berichtet habe und seitdem haben sie jetzt mehrere erfolgreiche IDOs durchgeführt und auch einige neue Funktionen hinzugefügt. In diesem Video werde ich jetzt also die Plattform vorstellen und euch allen zeigen, wie man das Ganze benutzen kann, in einige Frühphasen-Petitionen oder auch einige der anderen Funktionen nutzen kann, wie zum Beispiel das Staking oder auch die Farming-Optionen. Bevor ich jetzt allerdings damit anfange, solltet ihr auf jeden Fall mal den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtigen Videos mehr wie dieses oder auch alle anderen auf dem Kanal verpassen werdet. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch noch einmal ein riesiges Shoutout an das Lightning-Team raushauen, dafür, dass sie ein Partner dieses Kanals sind. Okay, und wie ich jetzt bereits erwähnt habe, ist eines der Aspekte des Launchpads und des Inkubators des Lightning-Protokolls, der sie so attraktiv macht, das ist die Tatsache, dass das Team super wählerisch ist, welche Projekte da überhaupt starten dürfen. Das ist jetzt etwas, das die meisten Launchpad-Projekte für sich in Anspruch nehmen, aber tatsächlich nur super selten wird das Ganze sov umgesetzt, wie das Lightning-Team gemacht hat. Jedes Projekt, das das Lightning-Pad nutzt, das wird vom Team gründlich geprüft und die Projekte, die über den Inkubator starten, die müssen einen noch strengeren Prozess durchlaufen. So sichert sich das Lightning-Team zum Beispiel Partnerschaften mit mehreren Wirtschaftsprüfungsunternehmen, wie zum Beispiel Hiken und Certic und alle Projekte im Inkubator müssen Sicherheitsprüfungen durch diese Firmen bestehen. Die Entwickler dieser Projekte müssen außerdem eine Reihe strenger Kriterien erfüllen, um sicherzustellen, dass sie wissen, was sie tun und auch in der Lage dazu sind, die Ziele des Projektes zu erreichen. Tatsächlich müssen die Teams inkubierten Projekte außerdem noch ein KYC-Verfahren durchlaufen, um die Sicherheit der Personen zu gewährleisten, die über das Lightning-Protokoll investieren. Sowohl das KYC-Verfahren als auch die Sicherheitsprüfungen werden vom Lightning-Team bezahlt, was natürlich die Hingabe zu diesem Projekt zeigt. Sobald jetzt ein Projekt diese notwendigen Schritte durchlaufen hat, um in die Inkubation aufgenommen zu werden, erhält es die Unterstützung durch das Lightning-Team und seine Partner, um sicherzustellen, dass auch wirklich jedes Projekt ein Erfolg wird. Diese Unterstützung umfasst jetzt Dinge wie Marketing-Kampagnen, Unterstützung bei der Gestaltung der Tokenomics aus Projekts, Unterstützung der Entwickler und noch mehr. Um vor allem auch bei der Vermarktung von Projekten zu helfen, hat Lightning Partnerschaften geschlossen mit den beliebten Nachrichtenplattformen BSC sowie mit einer Reihe von verschiedenen Influencern. Das Lightning-Protokoll ist ein Multi-Chain-Protokoll und es bietet derzeit Unterstützung für die Binance Smart Chain, für Polygon, für Ethereum, Cardano, Avalanche und auch für Polkadot. Es wird auch Unterstützung für weitere Chains geben, wie jetzt zum Beispiel Phantom und auch noch der neulich verkündeten Partnerschaft mit der Telos-Blockchain. Zusätzlich zu seinem gründlichen Prüfungsverfahren hat das Lightning-Protokoll auch noch einige einzigartige IDO-Teilnahmestrukturen entwickelt, um natürlich sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich in die Qualitätsprojekte, die auf der Plattform starten, investieren können. Dieses System reserviert jetzt zunächst mal eine Zuteilung für Mitglieder jeder Stufe, um sicherzustellen, dass auch die Mitglieder der unteren Stufen einige Token halten werden. Außerdem gibt es für jeden IDO zwei Runden. In der ersten Runde können die Nutzer bis zu der für ihre Stufe zulässige Höchstmenge Token kaufen. In der zweiten Runde erhalten dann alle Stufen gleichzeitig Zugang und auch alle Nutzer können bis zu ihrer verbleibenden maximalen Betragshöhe kaufen, wenn sie diese Grenze nicht bereits in Runde 1 erreicht haben. Die Stufen werden jetzt hier zusammen mit der Anzahl der nativen Light-Token angezeigt, die zum Erreichen jeder Stufe erforderlich sind. Um das jetzt mal in einen Bezug zu bringen, der aktuelle Preis des Light-Token liegt bei ungefähr 60%. Und was man jetzt hier auch sehen kann, ist, dass sogar die niedrigste Stufe bis zu 250 Dollar investieren kann, was deutlich mehr ist, als viele andere Launchpads für ihre unteren Stufen erlauben. Für die Gold- und für die Diamantstufen gibt es sogar noch kostenlose Airdrop-Token, also von jedem Projekt, das ein IDO auf der Plattform gemacht hat, egal ob man an diesem IDO teilgenommen hat oder nicht. Das heißt, also selbst wenn man jetzt einfach nur genug Light-Token gekauft hat, um Mitglied einer dieser Stufen zu sein, dann könnte man kostenlose Token verdienen, einfach nur, weil man diese Token besitzt. Der Light-Token basiert auf der Binance Smart Chain und kann über Pancake Swap gekauft werden. Der Light-Token ist sogar einzigartig, da es jetzt einer der wenigen Launchpad-Token ist, bei dem man UBNB bekommen kann, einfach nur, weil man das Ganze gratis auf der Plattform staked. Für jede Transaktion wird eine Gebühr erhoben, die zusammen mit einem Teil der Launchpad-Einnahmen dem Staking-Rewards-Pool zugeführt wird. Token-Halter bekommen dann Belohnung dafür, dass sie ihre Light-Token staken und damit zeigen, dass sie an die Plattform glauben. Das bedeutet natürlich auch, dass man mehr BNB zur Verfügung hat, um in solche IDOs einzusteigen und man sich nicht die schwierige Entscheidung stellen muss, welche Token man verkaufen möchte, um in neue Projekte einzusteigen. Im Übrigen hält Lightning alle seine Raises in BNB ab, egal was für eine Chain die IDO hat, damit das Ganze einfacher wird zum Investieren. Wir können jetzt hier auch schon mal einen schnellen Blick auf die kommenden Pools für Token werfen, die auf der Plattform eingeführt werden. Momentan sind hier vier IDOs geplant. Zwei auf der beiden Smart Chain, eine auf Polygon und tatsächlich sogar eine auf Solana. Nicht alle Details für diese Projekte stehen schon fest, aber wir können jetzt sehen, dass die erste Runde des Listen-Token-Verkaufs am 23. November live gehen wird. Wenn wir jetzt sogar noch ein bisschen weiter nach unten scrollen, dann können wir auch einige der Token sehen, die bisher auf der Plattform eingeführt wurden. Und falls ihr vielleicht bemerkt habt, jeder einzelne Token hier hat die maximale Beitragshöhe erreicht. Das zeigt, wie groß die Nachfrage hier nach diesen IDOs besteht. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Inkubator-Registrierkarte werfen, dann können wir jetzt sehen, dass derzeit keine Projekte inkubiert werden. Aber das Automatic-Projekt, über das ich jetzt letztens auf diesem Kanal berichtet habe, das wurde tatsächlich von Lightning inkubiert. Wenn wir jetzt mal hier hinschauen, also zum Private- und Seed-Pool-Tab, dann können wir sehen, dass der Solchecks-Pool zu einem noch bekannt zugebenden Termin stattfinden wird. Und Private- und Seed-Runden sind für höhere Ebenen reserviert und bieten in der Regel auch einen niedrigeren Tokenpreis als die folgenden öffentlichen IDO-Runden. Okay, dann können wir jetzt mal einen Blick auf einige der auf der Plattform verfügbaren DeFi-Funktionen werfen, wie zum Beispiel das Staking und auch die Farming-Option. Falls ihr langfristig an Lightning und auch an den Light-Token glaubt, dann möchtet ihr vielleicht ein paar Token-Staken, die ihr sowieso schon habt. Das Ganze könnt ihr jetzt hier machen und erhaltet dann diesen APR hier, was natürlich ziemlich nett ist. Eine weitere einseitige Staking-Option ist der 2-Token. Ihr könnt hier auch LP-Token für die Paare Light-BNB und 2-BNB staken, um jetzt noch höhere Renditen zu erzielen. Momentan sind diese Staking und Farming-Optionen nur auf der Binance Smart Chain verfügbar, aber in Zukunft werden noch weitere Token und auch weitere Chains unterstützt. Zusammenfassend lässt sich jetzt also sagen, dass also wenn ihr in der Frühphase investieren möchtet oder falls ihr sowieso schon in diesem Bereich tätig seid, dann würde ich sagen, solltet ihr euch Lightning auf jeden Fall einmal anschauen, denn das Unternehmen hat sich eindeutig als qualitativ hochwertige Plattform profiliert und sich auch durch neue Funktionen und auch die Einführung der besten Projekte noch weiter verbessert. Falls das Ganze jetzt euer Interesse geweckt hat und ihr wollt das mal ausprobieren oder euch einfach noch ein bisschen weiter informieren, dann gibt es natürlich wie immer einen Link unten in der Videobeschreibung. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch das Video gefallen hat, dann bitte ein Like dalassen, das Video mit euren Freunden teilen und wir sehen uns dann im nächsten Video.